So, hallo, hallo, liebes Dörfler. Was haben wir denn hier? Guten Tag. Äh, oh. Ich meinte natürlich, hallo, ich wollte nicht plündern oder so. Es war ein Versehen. Der hört von mir. Ja, aber es scheint mal ein Verbündeter zu sein. Cool. Also ein Dorf, wo wir uns mal frei bewegen dürfen. Und einfach mal so die Leute beklauen dürfen. Wo die Leute das immer mit sich machen lassen, verstehe ich nicht. Ach, hier ist auch so ein... Boah, ich hab den Namen vergessen. Hennet euch das? Fjord? Schnellreise. Ich hab Farid Bang verstanden. Hello. Suchst du was Bestimmtes? Suche immer das Neueste vom Neuesten. Die Farbe dann 2000. Das könnte sehr nützlich sein. Alter, die verkauft einfach Kupfernickel. Und Titan. Flug, dass du dich eindeckst. Äh. Okay, von Kupfer haben wir aber schon genug. Oh, die hat dicke, dicke Runen hat die. Das ist schon wieder neue... Das Geld habe ich nicht mehr. Das wird sehr gut aussehen. Verkaufen. Wenn ich den ganzen Plunder verkaufen würde. Das ist echt alles nur Plunder hier. Schauen wir eben. Ja. Das wird jemand anderes gut gebrauchen können. Einfach wieder 2000. Nice. Gut. Geldprobleme haben sich gelöst. Ja, dann... Ich bin, wann ist das denn, Mann? Man weiß nie, wann man es mal gebrauchen kann. Wie man das so trägt. Komm, muss die Kupferbarren auch noch eben schnell... Ich helfe dir gern, dich einzudecken. So, dann hier. Ach, nur Teil 3. Nice. Nehmen wir auch noch mit. Ein paar Dekosachen für unser Dorf. Kleine Altar. Oh. Licht von Asgard. Du hast ein großartiges Auge für sowas. Kelchisches Kreuz. Entwurf. Statue der Siegesgöttin. Ja. Das sieht großartig aus. Blauer Drache. Negers Grab. Okay. Cool, danke. War's das? Erstmal ja. Danke dafür. Ich muss los. Bis bald. Boom. Das war an sich jetzt eigentlich ganz zufriedenstellend. Muss ich gestehen. Das ist echt zufriedenstellend. Viel Geld bekommen. Viel Geld ausgegeben. Hier könnte man sogar nochmal einen Wikinger... Theoretisch... ... anheuern. So. Hallo. Hier ist ja der Chef. Keiner. Wahrscheinlich mit den ganzen Leuten hier Bündnisse machen können. Für Joe ist ein bisschen doof. Aber ich muss noch weiter hoch. Danke. Mühelfest hatten wir halt gar nichts gehabt. Gut. Eigentlich runter. Okay. Wow. War die Pfütze gerade am Blenden. Puh. War's blind geworden. So. Wird unser Dorf auch mal irgendwann so aussehen. Ist ja sogar eine Kirche bauen. So. Gegrüßt, Eivor. Lass mich dir meine Axt leiden. Hm. Na, du gehörst mir nicht. Meine Klinge ist immer bereit. Hm. Sollte sie auch, wenn du ungehört werden willst. So. Was haben wir denn hier? Einmal heise blindern wir solche Orte. Unter uns ist was. Okay. Ups. Aha. Wir brauchen also einen Explosionsfass. Wie so oft. Ich rate nicht, dass irgendwie so ein Lager dafür. Hier. Aber ein bisschen Silber kann ich schon noch gebrauchen, glaube ich. Hier. Was ist noch euer Explosionszeug? Ich rate nicht, dass ich so ein Lager von Rumbei. Bruder. Rumbei. Ach da. So. Sehr männliche Schwestern. War das schon Schössern zu sagen, oder? Okay. Kleine Bolver-Krone. Okay. Mal ein bisschen hot. Also auch wie wir hier Klee kriegen, äh... Bin erstaunlich. Musst du sorgen, also... Nicht erwartet. Das ist ja... Nee. Das da. Das noch weiter oben. Ist da drauf. Wenn es schon keine Schnellreise gibt, ne, also... Achso. Warte, liegt da oben drauf. Aber nee, liegt ja einfach da. Kann ich ihn wieder nicht nehmen, oder was? Da kann man nur... Ah, jetzt. Sagen wir, wenn man den auch mitten im Kreuz platziert. Wenn man den dann nicht nehmen kann. Okay, jagen wir... Eine... Tattoo. So, Tattoo, Tattoo, Tattoo. Ich glaube, der Einzige, der Spaß hatte an seinem Job, war derjenige, der die Dinger hier eingebaut hat. Ich drück die zwar ganzheit runter, aber... Haben wir irgendwas? Dass wir hier so rein dürfen. Okay, scheinbar nicht. Haben wir das Dorf fertig? Wollt das noch was? Was sagt der denn hier? Einfach nur ein schönes Bild. Okay. So, dann werde ich jetzt... Hierhin wandern. Die Quest machen. Das hier machen. Dann gehen wir hier so rüber. Dann wandern wir halt hier runter. So, mein treuer Wolf. Freit... Freitierpferd. Gedöns. Du... Du Switter, du. Äh, los. Darf man in der heutigen Zeit eigentlich noch Switter sagen? Das ist total verpönt. Dann. Kann ja sein. Ich weiß es nicht. Okay. Okay. Das Ausdauersystem vom Pferd ist auch finnarsch. Ja, unnötig. Ist immer so. Du bist schon bereit, eine längere Strecke zu reiten, als du bist bereit, die Spielzeit freiwillig zu strecken. Und trotzdem kommt dann sowas dabei raus. Können auch nochmal speichern. Wollte ich jetzt sagen. So. Was haben wir denn hier? Ach, oh nein. Oh, nö. Oh. Nein, nicht schwimmen. Sigurd, kann ich den Stein haben? Nein, den brauche ich für meinen Turm. Sigurd. Dein Vater sagt, du hast einen Liebesschwur mit Sefer. Nein, nicht mehr. Sie nannte mich Wahlgesicht und ich spuckte auf ihren Fuß. Liebende sollten solche Worte nicht benutzen. Weiß Sefer denn, dass du den Schwur gelöst hast? Oh ja. Ich sagte ihr, sie soll sich einen anderen Dränger suchen. Dann weinte sie. Keine Ahnung warum. Trauer ist so albern. Deine Gemeinheit wird dich eines Tages verfolgen, Sigurd. Ich würde dich nie verraten. Okay, das war ja diesmal leicht, weil diesmal hat das mit dem Drehen und allem funktioniert halt besser, deutlich besser. Sarah aber hat keine Animation. Cool. Es schwebt einfach nur so. Trophäe. Die erste drei Steinmenschen-Ausforderungen habe. Cool. Da freue ich mich ja. Sind hier Gegner? Oh, hier sind Gegner. Ich hätte springen können. Oh, ich hätte springen können. Ich würde springen. Das ist badass-mäßig. Könnte ich hier noch was machen? Stimme. Sigurd, kann ich den Stein haben? Nein, den brauche ich für meinen Turm. Sigurd. Dein Vater sagt, du hast eine Liebesschuhe mit Sepha. Nein, nicht mehr. Okay. So, da kommt unser Arme wieder und hat wieder keine Animation. Ich darf ja nicht erwischt werden. Cool. Danke. Der Haufen war anscheinend zu weit weg. Cool. Habe ich Bock drauf? So. Wo können wir denn am besten hier runterspringen? Von hier? Hier darf mich niemand sehen. So, keinem aufgefallen. Hallo? Toller Schleichangriff. Wow. Knob. Knob. Oh. So. Vorräte, Vorräte, Vorräte. Einfach nur, dass du zuerst schon mal farmen musst für dein Dorf. Das heißt, das ist ja nicht. Der geht vor allem das fast rein. Oder gegen die Wand, Leid. Ich wollte eigentlich die Kiste looten, aber gut. Können wir jetzt den Leiche darauf herfen? Geht das auch hinklauft? Oh, Tatsache. Ups. Das war's jetzt hier, oder? Sind wir fertig? Sind wir fertig? Erst das ist unser nächstes Ziel. Noch was tolles. Glaube nicht. Oh, die Runde ist auf meiner Höhe angeblich. Interessant. Ach, ich bin doch noch im Sperrgebiet gewesen eigentlich. Wieso durfte ich denn jetzt? Oh, guck mal, die Runde läuft. Ich schon wieder die. So. So zwei Leder. Und wir haben noch einen Fähigkeitspunkt. Wow. Ja, wie gehen wir jetzt am besten? Gehen wir hier lang. Hier brauche ich 1, 2, 3, 4, 5. Und hier brauche ich 1, 2, 3, 4, 5. Cool. Da haben wir hier auf dem Weg kommen was cooles. Fernangriff. Fähigkeiten. Schaden. Wattentatsschaden. Sachsen. Tier. Gibt es Raben. Gehen wir auch direkt noch hier rüber. Ah, Kampfangriff. Da brauche ich mir ein bisschen mehr von. Sogar wirklich. Na gut. Schauen wir mal. So. Ja. Weiter geht's. Küste Englalalands. Habe ich mich nicht ausgelacht. Heißt wirklich so. Ich meine, mein Waff könnte ein bisschen schneller laufen. Englalaland. Englalaland. Lalalalalalalalalal. Was haben wir denn hier? Fische drin? Weiter nicht. Achso, das ist ein, äh. So ein Eisenstein. Entschuldigung. Was ist das denn? Achtung mal ein Rätsel. Schade Steins oben drauf. Ich muss da hin. Da hin. Ich stieß auf diese uralten Pfähle mit hererhalten, um ein heiliges Zeichen zu setzen und den Ursprung ihrer Macht zu finden. Da ich bete, schickt der Herr die Stimme des Heiligen Geistes durch mich. Sie heilt mit dem Glanz uralter Zungen wieder und ich werde erneuert. Waren es die Müffeln, die diese Hölzer herbeitrugen? Ein Schutzwall gegen Eindringlinger. Bitte, oh Herr, lasse die Wahrheit auf mich scheinen, so hell wie dein Wort es vermag. Hier vielleicht was? Du musst halt jetzt noch gucken, wie du halt das richtige Zeichen findest. Auch hier. Ich spüre eine Macht. Ein Fähigkeitspunkt dafür. Nice. Gut. Kann man da jetzt sitzen oder? Okay. Wir dürfen uns bewegen. Und hat erledigt. So, dann haben wir hier was. Dann haben wir... Da war's und da war's. Okay. Ich mache jetzt schon wieder ein Lager. Langweilig. Oh, haben wir einen Fisch verschreckt. Können wir hier so ein bisschen ausschlagen? Außer wir sind mal ein Fisch treffen vielleicht. Na bitte, komm. Können wir eh ein Lager machen, müssen wir uns den Bauschboden nehmen. Dieser Ort wird gut bewacht. Naja, Wolf nicht. Einstein schon wieder. Komm. Da soll ich hier wieder mit dem Raubzug beginnen. Was ist das? Nein, du bist tot! Tot! Na? Jungs, was ist los? Was war's? Verschwinden wir! Oh. Da ist die Kiste, die wir suchen. Ist ja schön, wenn meine Männer mir auch mal ein bisschen Geld zahlen würden, so, ne? Das wäre doch mal was. Meine Männer zahlen mir Geld, ja. Ja, aber sie fackeln ein bisschen die Bude ab. Aber was? Mehr machen die nicht. Aber kann man direkt unser Schiff eigentlich benutzen. Wie nennen wir, wie sollen wir sie nennen? Glücksfjorde? Ich darf nicht drehen. Warum darf ich nicht drehen? Wieso darf ich nicht drehen? Ich will fucking nochmal da lang. Geht hier auf der Insel, was? Joddy war auf der Karte noch. Oh, oh, oh. Das ist doch unser Oberungslied. Ja, ich würde gerne drehen, aber ich darf ja irgendwie immer nicht. Ah, da war die Robbe am Springen gewesen, cool. Nochmal einen Hafen, jawohl. Sehr cool. Oh, noch mehr Robben, oh, Robbenfelsen. Cool. Ein Felsen der Robbe. Und jemand war hier tot. So. Es geht, Robben. Wenn ich jetzt gemein wäre, kann ich ja den machen, ne? Nee, kann ich nicht, okay. Ich kann damit keine Tiere an. Ups. Oh, wie habe ich jetzt? Ja, das wäre doch irgendwas im Schuh gewesen. Okay. So, ja, hier haben wir noch entdeckt. Hier ist auch noch irgendwas. Okay, und dann... Dann einfach rein, zack hier. Da, 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 da. So. Hast du gerade auf mich selber... Hat mein eigener Mann gerade auf mich geschossen? What the fuck? Ich will, hat gerade mein eigener Mann auf mich geschossen. Ja, dann lass mich doch mal leiden. Ich bin... Sehe ich irgendwie nur sterben. Hallo. Guck mal, er und er so... Den haue ich kaputt. Und dann doch nicht. Oh. So, Schlüssel nehmen wir mit. Was ist mit dir? Ich muss da sogar aufhelfen. Äh. Ja gut. Kann man mal machen, ne? So. Wir sollten abhauen. Was sollten wir? Haben wir doch noch gar nicht geplündert und gebrannt, schatzt. So, was haben wir denn hier? Dann frage ich mich, was ich hier tue. Äh. Magistermantel, okay. Das habe ich den Schlüssel aufgehoben. Das frage ich mich gerade. Wo hier ist der Schlüssel? Da habe ich den Worten, die Zellen aufzuschließen. Hm. Hier ist wohl nichts mehr. Scheinbar. Hier oben irgendwas. Ist hier irgendwie noch ein Käfig, den wir aufsperren können oder so? Na. Gar nichts ist hier. Ja, ich geholfen. Sei doch froh. Oh. Mal ein bisschen Loot. Und eine Laute. So, wir können jetzt vielleicht auch hier hingehen noch. Aber hier habe ich ja schon was geholt. Stimmt, ja. Okay. Ja, mein nächstes Ziel wäre dann hier. Eigentlich am Land bleiben. Und da hingehen. Und uns das Resilia gehört von Gucken. Ja, was schon wieder ein Fluch, ey. Wie viele von den Fluchdingern gibt es denn? Gucken wir uns mal den Magistermantel an. Und unsere 30. Oh, der hat auch schon was. Ein bisschen was. Äh. Haben wir noch mehr Magisterzeug eigentlich? Bei einem Tor, der Schlachtpanzer. Oh, wir haben auch hier eine blaue Axt schon. Das können wir natürlich auch noch upgraden dann. Wir haben so viel Zeug jetzt. Langsam kommt das mit dem Leveln und so. So, haben wir noch was, haben wir noch was hier. Zack, zack, zack. So. Blö, 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 blö. Etwas haben wir gekauft. Achso, das brauch ich mir gleich angucken, ja. Hier ist ja jede Menge Splunder wieder dabei. Ach, schön, das zeigt bald. Also hier, Handelsgüter. Bestgegenstände, die wir teilweise nie abgegeben haben, irgendwie. Egal. So, wir haben noch einen Punkt. Warte, dann gehen wir den erstmal hier aus. Den Weg des Raben, weil unser Rabe eh nichts bringt. Zur Markierung hatte ich gesetzt. Jawohl, Markierungen sind gesetzt. Warte, dann will ich jetzt mal. Warte, ich will hier eigentlich durch den Wald gehen, weil ich glaube, hier ist nämlich noch was. Was war hier nochmal? Hier haben wir was geholt gehabt. Egal. Äh, meine Schiffe ist... Ach, hier darf man reint hier natürlich nicht mit. Ich würde einfach hier rüber gehen. So. Ich kann mal nicht im Wald hier gehen. Wissen, was dort hier ist. Ich würde lieber dem... Ach, so ein bisschen. Was haben wir denn hier? Der böse, böse Wald. Okay. Okay. Ich möchte schon unsere Orte haben, wo wir was finden können, ne? Wissen? Auch hier vier. Das ist immer die Sache. Wuff. Kannst du den jetzt einsetzen? Da, vielleicht bei dem Haus. Das wäre ja mal ne Option, oder? Das war mein Wald. Das ist eine Kiste drinnen. Nicht. Ich hab mir noch extra einen Schlüssel geholt. Warum? Mano. Na, warum bleibt der Rot? Ja? Ja, Rot. Vielleicht das Fenster doch kaputt machen können. Lass mich verarschen, Spiel. So. Noch die Frage, für was haben wir den Schlüssel? Oh, das ist hier oben vielleicht was. Ne. Das ist leider nix, oder? Hier hab ich mich jetzt... Hier ist wirklich nix. Was haben die denn den Schlüssel bekommen? Komisch, komisch, komisch. Runden ist auch nix. So, dann halt nicht. Haben wir einen Schlüssel bekommen, den wir nicht benutzen können. Läuft's. 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 bucks condemn. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020